Rentensensation. 99,99% Teilrente durch deutsche Rentenversicherung anerkannt. Rentenversicherungsträger in Deutschland geben ihre Rechtsposition oder Rechtsauffassung zur 99% Teilrente grundsätzlich auf. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, seit einiger Zeit gibt es ja immer das ganz große Problem, habe ich Anspruch auf eine 99,99% Teilrente oder nur auf eine 99% Teilrente. Die deutsche Rentenversicherung war grundsätzlich bisher immer der Rechtsauffassung, dass es nur eine 99% Teilrente gäbe. Dazu gab es dann auch Widerstand und der fußte dazu, dass es nach meinem Kenntnisstand ein Urteil, also ein Berufungsurteil des Bayerischen Sozialgerichts gegeben hat und eine erstinstanzliche Entscheidung des Sozialgerichts Freiburg aus dem Jahr 2022. Und ich habe jetzt hier Unterlagen erhalten von einem YouTuber, der selber auch geklagt hat beim Sozialgericht in Kiel. Und der hat Recht bekommen und die deutsche Rentenversicherung hat ihm statt der 99% Teilrente die 99,99% Teilrente zuerkannt. Und zwar schreibt die deutsche Rentenversicherung, das ist dann die Beklagte hier in dem Beispiel, folgendes. Die bisherige Rechtsauffassung der Rentenversicherungsträger, wonach ein Anspruch auf eine unabhängig von einem Hinzuverdienst gewählte Teilrente von mehr als 99% nicht bestehe, wurde aufgegeben. Die für die Berechnung einer 99,99% Teilrente notwendigen technischen Voraussetzungen liegen derzeit noch nicht vor. Das ist mit Datum vom 24. Januar 2023 von der Rentenversicherung in dem Klageverfahren beim SG Kiel bekannt gegeben worden. Was heißt das? Das heißt, die deutsche Rentenversicherung gibt bekannt, dass sie ihre Rechtsposition und auch die Rechtsposition der anderen Rentenversicherungsträger aufgegeben haben, dass es nur eine 99% Teilrente gibt, sondern die Versicherten haben selbstverständlich bei einer Altersrente Anspruch auf eine 99,99% Teilrente. Ich vermute, Grundlage für diese Entscheidung war das Urteil des SG Freiburg, die da auch nochmal mit klarer Sprache gesagt haben, dass die Rechtsauffassung der Rentenversicherungsträger, also deren Verweigerungshaltung hier rechtlich nicht haltbar gewesen ist. Was bedeutet das Urteil für die Praxis? Es ist wirklich ein wichtiges Urteil oder eine wichtige Entscheidung, dass die Rentenversicherung hier, die deutsche Rentenversicherung, als Sprachohr aller Rentenversicherungsträger diese Rechtsauffassung, diese Blockade aufgegeben hat. Erstens, der Rentenverlust bei einer gewählten Teilrente von 99,99% zu 99% ist deutlich geringer. Das ist das Erste. Zweitens, für diejenigen, die von Ihnen Ihre Angehörigen pflegen und zwar über dem Ablauf der Regelaltersgrenze hinaus, macht es jetzt in der Tat Sinn, vor allen Dingen im Pflegegrad 2 und 3 hier weiterzumachen. Denn eine 99,99% Teilrente bedeutet deutlich weniger Rentenverlust gegenüber den beitragspflichtigen Einnahmen, die ich hier bei der Pflegestufe 2 und 3 habe. Für manche hat sich das bei einer 99% Teilrente einfach nicht gerechnet. In der Pflegestufe 2 oder Pflegestufe 3 oder Pflegegrad 2 und Pflegegrad 3 hier die entsprechende Teilrente, Teilrente 99% zu beantragen, weil einfach der mathematische Verlust der Rente gegenüber den Beitragseinnahmen zu groß war. Also meine Damen und Herren, was bedeutet das für die Praxis? Wir werden ab sofort 99,99% Teilrente für unsere Kunden, wenn sie es denn wünschen, beantragen. Es gibt keine, die deutsche Rentenversicherung hat die Rechtsauffassung aufgegeben. Es gibt also tatsächlich eine 99,99% Teilrente. Aber nur als Altersrente, nicht als EM-Rente. Ein Wahlrecht bei einer EM-Rente auf eine Reduzierung der entsprechenden Rentenleistung. Als Teilrente haben sie in diesem Bereich der Erwerbsminderung nicht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine teilrentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Lecker 6.